Mama, was ist? Ich wollte dich fragen, ob wir zum neuen Früchte laden gehen können. Das sind Spielzeugfrüchte, echte Früchte, alles. Oh, da wollt ihr also hin? Dann fragt mal Papa. Papa? Was ist? Dürfen wir zu diesem neuen Früchte laden? Das sind Spielzeugfrüchte, normale Früchte, alles. Jo, also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gut wäre es schon, wenn wir mal spazieren gehen. Dürfen wir bitte, 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 bitte. Und was ist mit dem freien Kinder? Der ist doch krank. Wir kommen doch danach wieder. Na schön. Aber noch einmal. Ja. Jetzt da. Ja. Früchtegeschäft. Cool. Hier ist alles so cool. Ja. Ihr dürft uns aber auch eine Früchte aussuchen. Ja, Mama. Und Papa. Kommt. Ich will die da. Okay. Ich will die da. Okay. Ich will die da. Ich will diese Rakete haben. Obwohl das Mais ist. Ich will Banana. Ich will die Banana. Okay. Okay. Dann nehme ich dieses da. Also diese Orange. Ich nehme die Aubergine. Okay. Haben wir alles. Und diese Erdbeere lassen wir für den Walntin. Aber dort sind doch noch Erbsen. Wollt ihr sie nicht? Nein. Nein. Wieder will sie eine. Okay. Wenn ihr meint. Dann okay.